Yo Leute, was geht ab? Tour to Beats wieder am Start und heute ist die zweite Tour von den Caffeeracern. Ich mache mich gerade fertig. Thermowunterwäsche habe ich an, weil ganz so warm ist es nicht. Steffi kommt gleich von Arbeit, wird sich auch gleich anziehen und dann fahren wir los. Und heute nehme ich auch die Kamera mit, damit ihr mal seht, wie das ist, wenn man in der Gruppe zusammenfährt. Ich werde nicht die ganze Zeit labern können während der Fahrt. Die Fahrt sind so circa drei Stunden. Wir fahren die B42 lang Richtung Koblenz. Wir werden dann über die Brücke fahren und auf der anderen Rheinseite auf der B9 wieder zurückfahren. Wie gesagt, ich kann nicht die ganze Zeit labern unterwegs. Deshalb wird es so sein, dass ich dann immer ein paar Ausschnitte euch zeige, ein bisschen Musik hinterlege. Ich wünsche euch viel Spaß und wir sehen uns. Bleibt dran. Bis zum nächsten Mal. 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 So Leute, wir haben jetzt hier kurz nach vier. Die Tour ist zu Ende. Es war richtig geil. Schön entspannt den Rhein entlang. Sowohl auf der einen als auch auf der anderen Seite. Wir haben uns gerade noch eine Pause gemacht. In Bingen hier an der Tankstelle. Und wir sitzen jetzt rüber, fahren nach Hause, ansonsten sage ich nur, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid, folgt uns auf Facebook und Instagram, verpasst ihr auch nie was. Und ansonsten kann ich auch noch mal wiedersehen. Und ansonsten kann ich nur sagen, bleibt schön gesund, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tonti wird's raus. Macht es gut. Ärgut. Schau. Okay. Musik.